Ja, Momo Leute, euer Seho hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farpoint. Hier auf diesem komischen Planeten mit den komischen Aliens, mit den komischen Spinnen und mit den komischen Waffen. Ich versteck mich mal hinter dir, ne? Ich drehe durch. Wie alle die Tussi ignorieren und auf mich bannern, wieso ich mich? Ich habe nichts getan. Nichts böses jedenfalls. Glaube ich. Sie kümmert sich um ihn und ich kümmere mich um die. Das ist der Plan. Lass mich in Ruhe. Aber wenn die sich immer bewegen, treffe ich nicht. Ich bin vielleicht auch nicht so ein guter Schütze, wie am Anfang gedacht. Wer hätte es gedacht? Na ja. Und was liegt denn da so Schöwiges? Dummgewehr. Oh, ich bin per. Wir sind nahe, aber ich registriere Bewegung davon. Wir haben Gesellschaft. Nicht langsamer werden. Volle Raketen. Perfekt. Ja, jetzt kann ich euch auch mal treffen. Und ich lauf mal hier hoch. Ich bin mir ein bisschen sicherer hier oben. Als da unten im Canyon. Da geht's rauf. Ach ja, das ist ein schöner Weg. Hey, ich hab dich doch getroffen. Wem erzielst du denn das? Ich glaube, hier oben lang zu gehen war echt die beste Idee seit lange von mir. Okay, ich hab ihn erwischt. Ich hab schon gedacht, die ihm ist noch einer. Dann go, 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 go. Okay, wir haben auf jeden Fall volle Munition. Ah, da war auch jemand. Tolle Wurst. Weißt du, da wird man einmal getroffen. Oh, das war ein blanke Headshot. Geilo. Weißt du, das hier als Multiplayer-Shooter, das wär so geil. Ich würde das durchgehend zocken. Dann Headshots verteilen. Headshot. Headshot. Okay, ich hör mich schon geisteskrank an. Also nein, lieber doch kein Multiplayer davon. Jetzt bin ich überhaupt noch richtig in der Position. So halbwegs, ne? Muss man ab und zu mal gucken. Kommt weiter. Wir sind nah dran. Der Pfeiler wird dir die Sekunde feiern. Wir müssen los. Ich kann nicht schneller. Du hast hier was gefährt. Wo bist du überhaupt? Ich bin hier. Und du? Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Wo ist denn die Troner? Du bist doch hier die Langsame. Scheiße, ich habe ihn aufgeweckt. Das ist ja so gut wie weg. Holy shit. Er hat mich nicht getroffen. Ab geht's, Wedel. Ja, du bist doch hier die Langsame, nicht ich. Aber was zum Teufel machen die damit immer? Geh rein, Pilot. Ich werde den Kern gleich drin haben. Ich komme. Ah, hier haben wir den Shuttle. Hui. Auf nach Hause, Freunde. Auf nach Hause. Irgendwo sie? Warte. Dann mal los. Wir heben ab. Du tust jetzt genau, was ich sage. Steuer das Shuttle an die Spitze des Pfeilers. Wir fliegen nicht zum Wurmloch. Tu es jetzt! Okay. Schon gut. Was ist denn los? Der Tod der meisten Menschen ist höherer Gewalt. Aber kein Gott hat meine Eltern getötet. Dieses Ding war es. Und ich warte schon, mein ganzes Leben darauf, es fragen zu können, warum. Das sieht mir nicht nach einem höheren Wesen aus. Das sieht mir nicht nach einem höheren Wesen aus. Ich warte um zu fragen. Der Tod der Person. Ich warte dir. Ich warte dir. Den kann sie doch nicht verstehen. Was passiert? Geil. Und jetzt? Wo hat das noch irgendwas? Ja. Das ist der Pilot. Himmel. Der Wanderer kehrt heim. Komm, wir müssen gehen. Glaub mir. Überlebende gehen weiter. Okay. Vielleicht nehme ich mal wieder was auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und Freude. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Haut rein. Euer Sero. Tschüss.